Mh. Da noch Wasser. Am Bad hängen. So, wir kommen zurück zu Nier. Auf geht's. Wir müssen ja noch den großen bösen Schatten bekämpfen, der das an Unwesen treibt und die Dorfbewohner eingreift. Oh nein. Da sind gar keine mehr. Das kann dieser schwarze Wirbel sein. Gute Frage. Alter. Hat er mich einfach mal runtergeboxt. Die Sau. Alter Schwede. Ah, ich weiß glaube ich grob was das für einer ist. Der ist ein bisschen strong. Alter, ist es madig. Ja komm ey. Junge. Junge. Ich blöme dich für all das. Ich blöme dich für all das. Ich komme gar nicht wirklich an ihn ran. Oh mein Gott, was ist denn da? Na, kommt da nichts drauf. Okay, ich nehme es zurück. Boah, bist du eine Nervensäge. Was ist das? 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 Fertilität! Die Schmerzen der Schmerzen hat keinen Effekt auf den Liedern! Kapseln nehmen, mache ich ja mehr Schaden. Ich glaube, das ist gegen diese Schatten hier super effektiv. Legen hier mit einem Schlag kaputt. Na? Kann ich ziehen, wenn eine Barriere davor ist. Muss doch gleich irgendwie eine Möglichkeit geben, zu treffen. Ja, aber so kann ich meine Magieanzeige ein bisschen auffüllen. Und ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Ich bin gleich, wenn ich die Schatten hier bin. Jetzt, fokuss Ihre Magie auf die Schatten. Oh, 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 oh. Was nun? Ein Laser? Was können wir denn jetzt tun? Okay. Okay. Ich bin noch dabei, Mensch. Ach, guck mal, er feuert das auch noch von der Rückseite. Weiß ich nicht. Wie komme ich denn hoch? Muss ich da nicht irgendwie auf die andere Seite? Ach so, ich Idiot. Ja, ich bin dabei. Kein Stress. Ich glaube, es ist ein bisschen verpeilt, okay. Ich habe mich gleich anmault. Was du nicht saßt, wäre mir nicht aufgefallen. Ich kann... Ich kann das noch viel länger machen. Du schaffst das, Emil. Wir glauben an dich. Machst du mir überhaupt Schaden, also geringfügig. Habe ich denn noch Magie tropfen? Die habe ich nicht. Ich komme. Ich muss... Was? Ich bin nicht schab, wenn ich mich noch nicht weiß, ist. Wir haben den Dippenstern gemacht. Das ist die Schaden strawberry. Wir müssen sie durch. Der Dippenstern. Schade für dich. Ich glaube, nicht, dass ich nicht mehr so lange bewere. Das war's. Was? Das ist ja sowas von frech. Das ist ja sowas von frech. Unless we clean the core, all hope is lost. Come on! Help me take it out! Das ist ja sowas von frech. Das ist ja sowas von Fynn. Ich bin hier. Ich bin hier. Er ist weg! Er ist weg! Seine Instinkten haben sich geholfen. Der Hauptverband wird erneut! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Don't look back. Wir gehen wohl besser, ja. Alter, war das grad krass. Emil hat seine Power entfesselt und einfach alles zerstört. Er ist eine Waffe. Ja, Adlerhorst gibt es nicht mehr. Das ist einfach nur noch ein riesiger Krater. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Popola und berichten, was sich dort zugetragen hat. Vielleicht ein Popola, neue Informationen. Schauen wir mal bei ihr vorbei. Na schön. Es wird immer dunkler, merkt ihr das? Bruselig. Vorhin war es noch so ein bisschen Sunset. Jetzt ist es auch noch etwas Sunset, aber mehr Sunset als vorher. Jungs, nicht so hastig. Ja, ich bin so. Ich bin so. Am Ende auch schon, dass gewisse Cutscenes, die halt für die Geschichte wichtig sind, besser gestaltet sind und filmischer aussehen als jetzt die normalen Cutscenes im Spiel sind. Gefällt mir ganz gut. Jo, komm ey, wie viele denn noch von euch? Ja. 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 Boah, es ist dunkel, ich habe den Gang gar nicht gesehen. Einfach nur eine dunkle schwarze Masse ohne Konturen. Ja, wenn es um gewisse Zeitquests geht, die wir irgendwo erfüllen müssen, zum Beispiel im Adlerhorst, das können wir dann glaube ich jetzt vergessen an dem Punkt. Vielleicht lasse ich die Zeitquests auch weg. Ich weiß es noch nicht. Da interessiert mich die Hauptsorie doch eher als so kleinere Nebenaufgaben. Bei manchen Spielen mache ich das manchmal echt gerne mit, aber in dem Fall, ich weiß es nicht. Hey. Ah, du bist zurück. Hast du etwas Neues über den Schlüssel des Schattenlots herausgefunden? Nein, tut mir leid, das ist wirklich schwierig. Trauer Zerbos, könnte das mit einem Hund zu tun haben, aber genau das kann ich nichts dazu sagen. Nun, versuch es weiter, Popula. Du bist sozusagen meine letzte Hoffnung. Ich werde tun, was ich kann. Oh, und übrigens. Hm? Ich bin vorhin an deinem Haus vorbeigelaufen und habe gesehen, dass du Post hast. Das sollst du dir vielleicht mal ansehen. Oh, danke. Na, wenn da vielleicht kein Hinweis drin ist, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat uns ja jemand irgendwie Informationen zugesteckt. Wenn noch einfallen würde, wo man noch hin kann, wäre an Meeres, wäre zum Meeresfront oder zum Haus von Emil. Das wären so die Orte oder nach Fassade. Das wäre auch noch eine Idee. Das sind noch Orte, die wir besuchen können. König von Fassade steht unten. Ja, ich dachte es mir schon fast. Gemäß Regel 25.656, betrachtet dies bitte als eure offizielle Benachrichtigung des Königs von Fassade. Beschlossen hat, dem Bund der Ehe einzugehen. Bitte reicht alle Bedenken und oder Glückwünsche über offizielle Kanäle gemäß Regel 38.585 ein. Hochratangstvoll, das königliche Büro von Fassade für Eheschließung und andere rechtskräftige Verträge und Angelegenheiten. PS. Hey Leute, ich bin es, der König von Fassade. Tut mir leid, dass all dies hier so formal ist. Hör zu, ich werde heiraten und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr kommt. Also, schaut hier vorbei. Der König wird heiraten? Ach, es freut dieses alte Buch, einen Jungen zu einem Mann heranwachsen zu sehen. Es wäre unnüpflich, die Hochzeit des Königs zu verpassen. Wir waren schon länger nicht mehr in Fassade. Wir sollten Ihnen einen Besuch abstatten. Na, okay, dann tun wir das mal. Weil er ist ja auch älter geworden, sind ja jetzt schon fünf Jahre vergangen. Das ist ja auch älter geworden. Wenn ich sie heiraten, nichts mit dem Info bezüglich Zerberus zu tun hat, fresse ich einen Besen. Ey, lass mich los. Dreckiger. Ach, Schatten gibt's ja auch. Ach, Magic, beherrschen die auch. Ach, die sind das. Die gibt's in der großen Steppe auch. Na, sie wird vergiftet. Warum? Ach, Skorpione sind hier. Stimmt. Was haben die denn dabei? Das ist Skorpionsschwanz. Noch mehr stören, Friede. Mögt ihr Blumen? Warum möchtet ihr, dass ich einem Kult beitrete? Oh nein, ich freue mich einfach an Blumen. Aber es gibt so wenige von ihnen hier in dieser Wüste. Mein Traum ist es, ein paar Blumensamen zu finden und diese Wüste zu einem herrlichen Garten zu wandeln. Ich versuche, Samen für rosa Mundblumen zu sammeln. Es wäre toll, wenn ich zehn davon kriegen könnte. Falls ihr welche findet, gehören sie euch. Wirklich? Oh, vielen Dank. Haben wir eigentlich welche dabei? Ne. Okay, dann speichere ich an dieser Stelle nochmal. Ich werde diese Folge etwas kürzer belassen und mache jetzt hier an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann der Hochzeit beiwohnen, das König von Fassade. Also, bis zum nächsten Mal bei Nier. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Nier.